Schaffe ich die schwierigsten FC-24-Tricks nachzumachen? Pokus, Pokus zum Anfang. Bin ein paar Mal hängen geblieben, aber dann geschafft. Wir werden ein bisschen schwieriger. Der nächste Trick ist der Neymar-Rainbow-Flick. Okay, der erste Versuch war's nicht. Immer weiter. Ihr könnt ja jetzt schon mal entscheiden, ob man das zählen lassen kann. Nicht zu lange feiern jetzt. Der nächste Trick wartet auf mich. Kennt ihr alle? McGee, die Spin. Das sieht irgendwie echt langsam bei mir aus. Fünf von zehn. Jetzt kommt der Fake-Rabona. Den mach ich bei EAFC immer. Das Ultimate-Team wird 15 Jahre alt. Und deswegen hab ich alles rausgehauen. Kann man die Skills auch im Spiel machen? Wir kommen zum nächsten Spezial-Tricks. Bisher läuft's noch ganz gut. Around Worlds hintereinander ist jetzt auch kein Problem. Oha, einfach der Doppelte. Freut mich voll, dass es bei EA so viele Freestyle-Tricks gibt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welcher euer Lieblingstrick ist. Also gibt's da so einen Trick, den ihr bei EAFC immer wieder macht. Würde mich echt interessieren, welcher das bei euch ist.